Der diesjährige Maturaball des Nunkirchner Gymnasiums stand ganz im Zeichen von James Bond. Eine Bolognese mit goldenem Ei, ein süffiger Cocktail mit Malibu namens Dr. No, die Maturanten in Spee waren heuer ganz auf James Bond eingestellt. Der Nunkirchner Fotograf Martin Wieland rückte die Deputanten im Vorfeld des Balls ins rechte Licht. Ich erwarte mir eine rauschende Ballnacht und ich bin absolut der Meinung, dass meine Schülerinnen und Schüler das ganz wunderbar und ganz toll vorbereitet haben. Das heißt, es kann nichts schief gehen, es wird eine tolle Bolognese und es wird eine ganz tolle Mitternachtseinlage, auf die ich mich ganz besonders freue. Warum das Thema 007? Einfach, es passt irgendwie. Wir haben neue Maturaball, das heißt ja 007, neue Mission. Es ist eine zeitloser Klassiker, würde ich sagen. In Martini geschüttelt oder gerührt gibt es an der Bar, kann ich auch nur empfehlen. Wir bleiben natürlich komplett nüchtern. Zwei bis drei Monate Training brauchten die Schüler, um die Choreografie für den großen Auftritt einzustudieren. Was ist das Schöne am Polonaisetanzen? Das darfst du beantworten. Ja, man tanzt einfach mit seinem Tanzpartner und man lernt einfach einen Tanz und das macht wenigsten Spaß. Könnte man da führen? Sicher, muss sein. Auf jeden Fall. Werden Sie eine Martini geschüttelt, ungerührt trinken oder was trinkt man bei James Bond Thema? Ich halte mich eher an einem Glas Prosecco oder Sekt. Ich werde die Sektbar besuchen. Das Thema war mal ganz was anderes mit dem James Bond. Das war eine ganz tolle Einlage, finde ich, was ich gemacht habe. Wir machen einen Golden Pie oder einen Dr. No. Was ist in Dr. No drinnen? Dr. No haben einen Malibu, Minerali, Meitensaufter, ein bisschen Minze, Zuckersirup. Mir gefällt Ihnen der Matura-Ball heuer bis jetzt. Wunderschön. Wunderschön. Haben Sie schon einen Dr. No getroffen? Was? Haben Sie schon einen Dr. No getroffen? Na. Da vorne gibt es Cocktails. Dr. No. Ganz so geniales Gesurf mit Malibu. Ist das hier in Liga? Ich trinke Sekt oder grüne Vietliner. Herr Bürgermeister, haben Sie schon einen Dr. No getroffen hier? Noch nicht. Ich suche immer noch, aber das Motto ist sehr originell. Ich kann Ihnen einen Tipp geben. Dr. No ist ein Cocktail hier. Den kriegt man da vorne an der Bar. Dann werde ich ihn suchen und auch sicherlich finden. James Bond ist ein sehr verwegenes Thema. Er hat ja auch immer böse Gegenspieler. Dr. No zum Beispiel. Haben Sie Dr. No schon gesehen hier? Hier? Tja, da habe ich kein Bild dazu, aber man kennt einige Bösewichte, oder? So schlimme Buben in der Schule. Ich gebe Ihnen einen Tipp. Der Dr. No ist sehr klein und kostet 4,50 Euro. Achso. Ein Cocktail vorne. Cocktail? Na, den habe ich noch nicht gesehen. Werden Sie ihn probieren? Möglich. Ich weiß nicht, wie stark er ist. Haben Sie schon Dr. No gesehen? Nein. Ein Tipp. Er ist in einem Glas. In einem Glas. Kostet 4,50 Euro. Da vorne ein Cocktail. Werden Sie ihn probieren? Das kann ich schwer nein sagen. Ich bin mit dem Auto da, aber ja, warum nicht? Na, soll die Freundin fahren? Ist ja wurscht, ne? Die hat keinen Führerschein. Ich muss fahren. Wie gefällt Ihnen der Ball bisher? Na, ausgezeichnet. Die Maturantinnen und Maturanten haben sich sehr bemüht. Auch die Direktion. Ich gratuliere den Maturanten für dieses ausgesächerte Event hier in der Stadthalle Tiernetz. Ich bin noch nicht lange da. Wir haben noch die Eröffnung miterlebt, aber die war wirklich gut. War beeindruckt. Also, ich habe von den Proben hier absolut nichts mitgekriegt. Also, die Klasse hat das völlig eigenständig organisiert, trainiert. War toll. Hat mich beeindruckt. Für ausgezeichnete Tanzmusik sorgte die Band First Class unter Frontman René Harata. Für ausgezeichnete Tanzmusik sorgte die Band First Class unter Frontman René Harata.